servus und hallo aus dem autoladen dresden wir dürfen euch heute diesen alleskönner vorstellen hier handelt es sich um ein vw tuareg wie ihr es schon auf dem video jetzt wahrscheinlich auch erkannt habt in dem fall ist es ein 3 liter diesel das für mich immer so ein bisschen der schiffsdiesel unter den dieselmotoren von vw weil der ist wirklich oft und viel verbaut worden und steht eigentlich an für sich auch für seine langlebigkeit hier haben wir wirklich ein sauberes fahrzeug aus erster hand mit einem checkheft auch passend dazu mit der umfangreichen ausstattung wir haben gesehen und drin abstandsregel tempomat ich denke mal die genaue ausstattungsliste entnehmt er einfach unserem mobile inserrat weil wir haben an die 100 autos im bestand da weiß ich jetzt auch nicht alles auf dem kopf kann ich auch immer bloß mal gucken aber letztendlich wenn es euch genau interessiert findet alles dort außen weiß in schwarz das passt einfach gut zusammen gerade auch mit dem klavierlack schwarz ihr seht selber der pflegezustand ist wirklich sehr gut navigation klimaautomatik sitzheizung sportlenkrad tempomat und das große panoramadach habt ihr im sommer noch ein bisschen cabrio feeling ist wirklich ein tolles auto kann man nicht anders sagen hinten sind die scheiben auch schon getönt das winterpaket ist mit dabei mit beheizbaren spiegeln die sind auch elektrisch anklappbar der macht wirklich eine sehr sehr gute figur hinten habt ihr auch die große klima noch mit verbaut dass die von passagiere sich das auch einzeln noch mit einstellen können die getrengehalter sind schon bereit für die nächste für die erste tor ansonsten haben wir auch einen relativ großen reifen drauf das sind anlauf reifen das spricht doch so ein bisschen für den vorbesitzer dass die ihr auto auf jeden fall gemacht hat der kofferraum sollte beim touareg für meinen geschmack elektrisch sein weil wir doch eine sehr große und auch schwere heckklappe und dementsprechend ist das so wenn es manuell ist auf jeden fall nicht ganz so günstig hier in dem fall halt wie gesagt auch elektrisch man kann die rücksitzbank umklappen da könnt ihr wirklich einen halben umzug damit fahren also hier ist auch wirklich viel platz wäre irgendwie familie hat denke ich kommt hier relativ gut klar damit ansonsten schaue ich für euch weil wir euch gerade nicht empfangen können auch mal ein bisschen ringsherum und guckt nach gebrauchsspuren sind hier große beulen dällen oder kratzer nein sind es nicht also der steht wirklich sehr gut da irgendwie außen der hat minimale gebrauchsspuren ihr kriegt da wirklich ein super sauberes auto wo ich sonst immer eine 2 plus gebe würde ich bei dem vielleicht sogar über eine 1 minus sprechen also der wenn wir von schulnoten ausgehen hat er wirklich einen sehr guten pflegezustand wenn ihr die eine oder andere frage noch loswerden wird dann viel free to contact aus also das heißt meldet euch einfach bei uns im laden wir sind 9 bis 18 uhr unter der woche für euch erreichbar am wochenende 10 bis 14 uhr und stehen mit rat und tat zur seite und wem das video jetzt nicht gereicht hat dem bieten wir auch die videotelefonie das heißt wie so eine art virtuelle besichtigung wo ihr im prinzip dann noch mal unter die haube gucken können wir können mal den motor laufen lassen solche sachen halt um so transparent als möglich zu machen da können wir dann auch über gebrauchtwagen garantie vielleicht habe dann all sprechen oder vielleicht habt ihr ein altes auto was an zahlung geben wollte oder wollte auto finanzieren ist alles kein problem machen wir alles am telefon und ich danke erstmal fürs zuschauen bis zum nächsten video macht's gut ja